Das ist deine Schwester, Junge, ganz einfach, mach weiter. Die wär doch was, oder? Die wär doch was, du. Stopp, 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 ist die alt genug? Anschreiben. Egal welche, schreib! Hallo Freunde, heute um 19 Uhr startet wieder ein Drang Kochs drehen, wo wir betrunken kochen tun. Kommt alle vorbei. Ja, willkommen zu einer neuen Runde TikTok. Wir schauen mal heute ein bisschen herum und suchen auch passiv nach einer Freundin für den Reh, wie denn es so lowly. Ja, du aber auch. Ja, also, wieso suchen wir nicht nur für Nixband auf, bitte? Wir teilen, wir können ja auch teilen, wir können auch teilen. Alter, auf keinen Fall. Siehst du das Bild? Siehst du das Bild schon? Ich seh das, ich seh das Bild schon, ja. Was denkst du? Die ist 14, denk ich. Wenn die alt genug ist, sag ich, wir gehen rein, wir bleiben drin. Oh, Baby! Nichts war das. Oh, 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 oh. Der Lieferheld. Nein! Das Essen fällt raus, nein! Das ist noch kommen sollte. Junge, Alter. Ist dieser Mann dumm? Ja. Ja, ja. Alter. Glow-Up ist dein Vater, Junge. Mega Glow-Up. So, wer bist du? Was hast du drauf? Es ist Tadde. Wer ist das? Ich kann korrekt Beatbox. Ja, gut. Tadde. Das mal hören. Okay. Boah, Junge. Machst du nicht mal Rüben auf dem Acker? Aber ich... Das war Schwachsinn. Verpiss dich. Das ist Leo... Leo-Leiser-Comedy. Es ist Comedy. Es ist Comedy. Es ist... Es ist Comedy. Ist lustig, doch. Ich mag Comedy. Ja, ist lustig. Ich geb'n Like, ja. Oh nein, nicht da reinfurtzen. Bitte, bitte nicht. Bitte. Oh, Junge, Alter. Das ist der Erfinder von Walmart. Ja. Nee. Zu jung, oder? Anschreiben. Anschreiben. Egal welche. Schreiben! Egal welche! Egal, nö. Revi nimmt euch beide. Ads, Revin-Sidegram. Revin-Sidegram. Verpiss dich. Mach einfach weiter. Nein, wie... Es ist falsch. Wie denn? Ich heiße dich Revin-Sidegram. Revin? Revi? Instagram. Revin-Sidegram. Mein Bruder. Das ist genau im Zimmer. Nebenan. Ja, okay. Sein kleiner Bruder ist im Zimmer nebenan. Videokonferenz. Aha. Seiner Klasse. Ja, ja, klar. Und so netter Bruder, wie ich bin, will ich ihn natürlich bei der ganzen Sache unterstützen. Wieso macht ihr jetzt Nemo an, Digga? Was haben wir das machen? Diese Mutter, Alter. Hot Girl Part 2. Bin gespannt. Das geht sicherlich nach hinten los. Boah! Ja, ist ja nicht real. Ist ja nicht real. Vor allen Dingen... Nein, natürlich nicht. Vor allen Dingen, wenn der das gerade hochgeladen hat und der einfach fremde Leute während der... Wie heißt das? Quarantäne-Corona-Zeit küsst. Dann ist ja einfach fake, Alter. Als ob das eine fremde Person ist. Das ist seine Schwester, Junge. Ganz einfach. Mach weiter. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Wissen Sie, wo die Briefkästen sind? Ich arbeite zwar hier nicht, aber ja, kommen Sie. Gern geschehen. Oh süß. Sie sind süß. Die wollen Katze kaufen, ja? Nein. Oh... Ist Zucker drin? Ja. Oh, hola. Frisch aus, du Spaß. Es ist gar kein Zucker drin. Ich will nichts drin. Weißt du was? Ich habe einen funny Tweet gelesen. Wie hart es jetzt für Leute ist, die nicht gut aussehen, die jetzt daten wollen. Die mit ihrer Persönlichkeit überzeugen müssen. Ihr habt reingeschissen. Stell dir vor, ich habe beides, so wie Jun und ich. Persönlichkeit und seht gut aus. Ihr Opfer. Mach weiter. Ich will nicht stoppen, auf der Kuchenfläche zu hoch. Also, ich habe googelt, um das zu stoppen. Okay. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Tintla. Okay. Hilft das jetzt, dass die Karte nicht mehr hochspringt, oder was? Alter, was? Ja. Verliebt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, meinst du, die will sich mit mir treffen? Das ist ja eine Lübsche. Ja, ja. Zehner, das ist eine Freundin. Okay, eine Mavic mit einem Funkgerät. Wofür? Kann man Leute mit belästigen. Da fliegt jetzt damit so eine andere Frau hin oder sowas. Also, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt legal ist. Hier spricht die Hamburger Polizei. Geben Sie sich nach Hause und weinen Sie in den öffentlichen Raum. Was? Verstehe ich nicht. Noch nicht. Hast du schon mal Weißwein getrunken? Äh? Ja. Bier. Ja, Bier hat ja jeder schon mal getrunken. Probiert. Brauchst du mich nicht so angehen? Hast du einfach Bier verstanden, oder? Was? Was soll das? Mach das weg, Alter. Mach das weg. Akani, komm her. Reaction. Ja. Ich stream gerade mit einem Hund zusammen. Pinkel mal. Pinkel. Pipi. Mama. Mama, scheißi. Scheißi, scheißi. Let me show you what you're missing. Nothing. You're missing absolutely nothing. Gib mir die Nummer von der. Schreibt der. Revi möchte dich gerne kennenlernen. Die wäre doch was, oder? Die wäre doch was, du. Aber stopp, 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 stopp. Stopp, ist die alt genug? Gar nicht geguckt. Ladies and gentlemen, we got them. Die ist fünf. Die ist fünf. Die ist fünf, Alter, was? Wie alt ist die? Revi wird horny. Ihr seid live dabei. Wie alt ist die? Zwölf. Halt die Fresse. Die ist nicht zwölf. Die ist elf. 17, 15 Wann weiß das jemand oder nicht? Aber ich will die klären Dann dachte ich, ich kann vielleicht noch was zum Klebeisen was retten, aber Shoutout an den Lieferjungen, der gerade noch ein Foto mit mir gemacht hat, natürlich, klar Hast du gemacht, oder? Ne, ne, ich hab jetzt immer in die Fresse gehauen Aber ich hab vier Soßen bekommen So, nein, will ich, nein, ey, ey Ich hab doch Lust, ich hab ein Essen bekommen Oh, was soll denn das? Ey, wir spielen jetzt ein Spiel für TikTok Ähm, ich sag dir berühmte Vornamen von berühmten Personen und du sagst mir den Nachnamen Und dann geht das danach mit Mia und dann sagt er Khalifa Justin Piva Selena Thomas Travis Scott Will Smith Mia Khalifa Alex Warte, warte Alex Ist ein bisschen weird, ist ein bisschen weird, aber ist egal, muss man machen, muss man machen Ich spreche nicht mal meine Sprache, ja, ja Ich wollte hier gerade was essen und meine Mutter hat gesagt, ja, aber hol dir bitte einen Untersetzer Ich so, Mama, das ist doch ein Untersetzer Sie so, ja, aber hol dir einen Untersetzer, damit der Untersetzer nicht dreckig wird So, erstes Problem, ich verstehe das nicht Zweitens Was für Minderwertigkeitskomplexe muss der Ich hab das auch gehabt, Glow Up Glow Up Ich hatte auch mal ein Glow Up Ich war früher sehr hässlich und jetzt bin ich noch hässlicher Revi war damals sehr hässlich Wieso schreibst du das jetzt einfach? Nein, warte mal, das ist doch nicht das, was wir da schreiben Schreibt der Hello in Germany, we have good insurance Come for Corona Hello We have good insurance Here in Germany Okay, Leute, ihr seid live dabei, wie ich von den Blicken von einem Typen gerade aufgefressen werde Und ich lass mich einfach mal drauf ein Okay Wartet, was kommt Lustig, nein 19 Uhr, mach ich wieder einen Drunk-Koch-Stream Wird maximal nice Ey, ich will auch, aber ich kann nicht zu dir kommen Kann es sein, dass Russen Katzen folgendermaßen rufen Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen Weiß ich auch jetzt eher nicht Mach einfach weiter Ja, ja, naja, komm Ist egal, was die jetzt macht, auch wenn die jetzt auf die Fresse fällt Mann, Alter, es geht doch darum, dass ich hier eine Freundin finde Ich werde nicht, ich werde gesperrt auf TikTok für diesen Sch**t Kann ich ja nichts für, Alter, das war ja deine Idee Die ist 15, hört auf, was zu schreiben Ist die 15? Ey, ich lösche das I have no wife Kommt jetzt Na, weil die jetzt nackt zurückkommt Mach weiter, das ist, das macht mir Angst Bei TikTok, ne, sagen die, wenn du fake lachst, ne, und das immer weiter machst und immer lauter lachst, dann lachst du irgendwann in echt Stimmt mal Probier mal Lauter Lachst du gerade? Ne Was soll sowas? Was soll denn das? Das hat doch nicht geklappt, Leute Der Typ tut mir so leid, aber korrekter Kerl, Mann Ich hoffe niemals, dass ich eine Freundin habe, die TikTok macht, Alter Wenn ich eine Freundin habe Ja, Digga, dann gucken wir aber auf der falschen Plattform gerade für eine Freundin für dich Ist ja so dumm, was ich gerade gesagt habe Der ist bestimmt richtig krass, oder? Der ist richtig nicht so gut Boah, Junge, insane, nice Auch geil, wie ein Schwerformat, wie die auf TikTok ist Er will aber nur los Noch drei Stück Und kannst du mal die Palme in Ruhe lassen, du geistlich beschränktes Lebewesen? Oh, hi Wo kommst du her? Oh, hi Ich komme aus Indonesien Oh, Indonesien Was für eine Sprache spricht man da? Indonesisch Ähm, wir sprechen Indonesisch Aha Aber ihr könnt auch Chinesisch, oder? Ähm, nee Oh, hi Ja, okay, weiß ich nicht How women flirt passive-aggressively Oh, oh What, what the Einfach weiter machen Oh, das sieht interessant aus Ja, ist halt andersrum, ne? Okay, gut, Drew, ich bin hier an der Stelle raus Das ist mir too much Drew, geh nochmal ganz kurz zum Abschluss Vielleicht auf meinen TikTok-Kanal Auf deinen TikTok? Du hast TikTok? Ne, ich nicht, aber irgendwer anders hat der für mich gemacht Guck mal ganz kurz drauf 64.000 Follower Der lädt einfach nur meine Storys hoch Und das bin nicht mal ich Ich habe kein TikTok Identitätsdiebstahl Identität Ich bin an der Stelle raus War ein super Video, Leute Wenn ihr Mehr davon sehen wollt Das machen wir jetzt jede Woche Vielleicht klappt es nächste Woche Ich habe auf jeden Fall wieder keine Freundin auf TikTok gefunden Vielleicht ändert sich das Vielleicht nicht Perfekt Daumen hoch da lassen Auf Wiedersehen Schaut meinen Drugstream Tschau Untertitelung Untertitelung Untertitelung